Sony hat im PlayStation Blog zwei neue Farben für den DualSense Controller vorgestellt. Am 18. Juni 2021 werden die Modelle hierzulande erhältlich sein. Bei den neuen Farben handelt es sich um Midnight Black und Cosmic Red, die für knapp 70 bzw. knapp 80 Euro in den Handel kommen werden. Quasi seit der Enthüllung der PS5 und des DualSense Controllers wünschen sich Fans auch eine schwarze Variante, die sich farblich an den Vorgänger-Gamepads orientiert. Laut den veröffentlichten Infos verfügt das Midnight Black Modell über zwei abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details. Als Inspiration habe Sony das Weltall am Nachthimmel herangezogen. Bei Cosmic Red habe man sich von den Rottönen des Kosmos inspirieren lassen. Der Controller setzt auf die Farbkombination Rot und Schwarz. Abseits der Farben ändert sich an den Funktionen des DualSense Controllers nichts. Weiterhin sind Features wie haptisches Feedback oder adaptive Trigger verbaut, die auch schon beim der Konsole beiliegenden Standardmodell in weiß vorzufinden sind.